Diesmal haben wir sie richtig platt gemacht. Oh, 50 findet's ja das. So, jetzt haben wir schon 250. Das heißt, die 500 sind nicht mehr weit. So, diesmal bringe ich mich nicht selbst um. Eine Chance habe ich ja noch. Das ist geil. So, weiter geht's. Jetzt eine Ladung von Todes, Achtung zurück. Ich habe keine 200 Coins. Scheiße. Das wäre jetzt echt cool, wenn ich die 200 Coins noch hätte. So, ich weiß aber nicht, wie viele Etagen das Ding hat. Ach, so funktioniert das. Okay. Das muss man mir doch vorher sagen. Oha. Ich werde hier auch noch die State schon bringen. Alter, seid ihr verrückt. 100 Coins. 100 Coins. Was soll's? Ich werde hier gerade gar nicht durch. Ich werde hier nicht durch. Ich werde hier nicht durch. Ich werde hier nicht durch. No use. Oh! Ja, so weit war ich wirklich noch nie. Fuck, was seid ihr denn? Komm mal runter. Ich werde hier nicht durch. Oh, es wird hier nicht durch. Ich werde hier nicht durch. Oh, es wird hier nicht durch. Schnellen. All right. Also, ich werde hier nicht durch. Okay. Das war's für heute. Was sehe ich jetzt hier so schlecht? Puh, alter, was ist denn hier los? 100 Schaden, das ist immer gut. Das, ich gebe Geld. Alter Falter. Hier? Hier kommen wir nicht weiter, ne? Wie geht's denn hier lang? Ach hier. Holy moly. Da ist der Händler. Auf zur Händler, zu Sharon. Da. Das nehme ich, das nehme ich. Und dann gehe ich weiter. Hier ist irgendwas von Aphrodite. Da gehen wir auch gerne hin, ne? Was bist du denn? So eine Art Medusa oder was? Oh, das ist wirklich so eine Art Medusa. Holy moly. Mann, diese blöde Medusa. Nein! Was? Warum? Das ist jetzt nicht die feine Englische und so, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah, so. Auge zu. Ah, du bist ja wieder da. Kann ich hier irgendwas machen? So, hier ist immer noch zu. Das war der Achilles? Das war der Achilles. Nein, du bist. Das war der Achilles. Was? Dann, ich habe zu sein. Ich habe mir etwas für dich. Was? Wiß du mir deine Codex? Ich kann nicht etwas wie das. Bitte. Ich bereue. Ich will deine Liebe von Historien, nicht nur deine Liebe von Waffen. Ich will deine Liebe von Waffen. Ich bin dankbar. Was ist das? Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Ich höre immer noch zu. Er pennt schon wieder. Uh-huh. Oh, diese Magma-Welt, ne, also, doch, die hat schon kräftig Hinsicht. Ich habe jetzt 250. Habe ich nicht mehr dazu bekommen? Ah, ne, das deckt sich ja, ne. Naja, wenn ich sowas einsammle, wird das aber gleich dazu gerechnet. Na, drei Schlüssel fehlen mir noch für die neue Waffe. Wie viel habe ich jetzt hier schon geschafft? 21 kommen. Gestern waren es noch sieben, also... Wie? Der Verkehr von Gegenständen aus dem Brunnen des Charon wird um plus vier Scharmützel erhöht. Nächste Gabi, die du findest, ist der Kampf von Ares. Deine Segen sind mit einer Chance von plus zehn selten oder besser. Soll, trotzdem einen weiteren Versuch. Warum kriege ich hier plus 25 Finsternis? Äh, plus 20% Finsternis. Warum nicht auf den Schild? Ja, noch einmal. Immer rein da. Der Poseidon. Ich bin hier, so let's go bust you out. Much like a raging river through a frail little dam. Ach, das ist mein Wurf. Ich tue hier die ganze Zeit X, äh, Y zum Werfen. Und wundern, ich war auch noch nichts passiert. Okay, das ist fies, wenn man das so nutzt. Hat er mir den geklaut? Colorful. Ist aber nicht nett, ne? Mir den hier einfach so zu klauen. So, weiter gibt's wieder nur Gold. Aber hey, nehmen wir trotzdem mal. carpet. Sicher. So, ich bin hier hier. So, ich bin hier. Das ist anders. Tee. So, werfen wir von Rom. dieser fähigkeit ist aber auch ließ oder gold ins tennis wenn du jetzt mal aufhören mich über diesen mini voll zu kacken oder warten wie ich hier mit dem minen voll mit hier rein ja 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 Ah, wie sie weggemacht. Hier gibt es noch ein Schlüsselchen, da brauche ich auch noch ein paar von. Nehmen wir den einfach mal mit. So, ich sie mal wieder durch. Schlüsselchen mitnehmen. Hopp. So, gehen wir mal hier lang. Wo ist ja Aris kommen, ne? Bring mir jetzt nicht ganz irre. Hat er gerade selbst nicht geschnallt, dass er in der Falle steht. Ich liebe diesen Angriff, der ist einfach zu geil. Ach, Atem ist nicht Aris. Dein Angriff fürs Kraftverlern hat er 50% den Chance, krit zu. Immer. Pass auf die Stütze. Na gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.